Alles ist möglich mit Geld. Diese Geschichte ist über einen Menschen, der über das Meer nach Deutschland gekommen ist. Ich hoffe, dass diese Geschichte Spaß macht und dass ihr das Ende versteht. Die Leute müssen viel bezahlen, um bis nach Deutschland zu kommen. Wie ich und meine Kollegen, die euch gleich die Geschichte erzählen. Diese Leute waren auf dem Schiff. Und dann kommen die türkische Rettungswache. Aber die wollten das Schiff kaputt machen. Die können Leute zutaten wegen Geld. Leute sterben lassen wegen Geld. Alles ist möglich mit Geld. Notwendf pumps. Untertitelung des ZDF, 2020